hallo und herzlich willkommen zu projekt evolution mit andere wieder weiter geht's mit technik ja neue maschinen genau er hat sich was schönes ausgesucht ein paar bäume und ich muss wieder maschinen kraften hallo ich auch ja ich werde mich jetzt an studio metta setzen und du willst uns die ganzen maschinen resonant bauen ja dafür ein paar andere maschinen damit wir dahin kommen ja und ich muss ein bisschen baumharz farben so hallo habe ich jetzt vergessen es gibt doch irgendwas was du an den baum anschließen kannst was denn immer rausholt aber ich bin gerade faul ich habe silber macht das ordentlich alles klar ein eisen zwei maschinen höhlen so magma siegel in war in war müssten ja schon ein bisschen was haben in war haben wir zu wenig in war ist doch auch eine legierung glaube ich ja die haben wir letzte folge doch gemacht die hast du doch in dein in dein tinkers ofen gemacht du magst dann musst du noch ein bisschen nach produzieren würde ich sagen so erstmal lege ich mir die robber wo zweck wir mussten nämlich extra eben noch mal los und welche suchen hat ein bisschen geärgert ich hoffe mal du hast letztes mal ein bisschen mehr gemacht wovon von den in war und dass ich jetzt einfach hier zur kiste gehen kann ich habe einfach nur reingeschmissen ohne wirklich zu zählen ja leider so in war in war in war in war könnte meine maschine nicht das heißt provisierte verösen und reisen davon hat mensch wie hieß denn das ding noch mal her für julio meta ich bin grad ich finde es nicht industrie kraft ist doch ein bisschen anders aus das ist es ist es ist es ist ich habe den eben vorhin gehabt ach so hier ist noch eine zweite seite da messfabricator so heißt er den baue ich mir jetzt jetzt gebe ich mir den aber mal direkt ein was hat gesagt für rösen das rösen das eisen habe ich noch den linze baum brauche ich ein kompressor das ist so viele rezepte nicht rüber klicken lassen oder das nervt mich extrem so ist halt so ich hoffe das kriegt schon mal nicht zu laut vom stuhl doch war ganz schön laut kann gleich bisschen mehr machen ja genau das gleiche denke ich mir jetzt auch gerade bei allem was ich herstelle dass ich nicht gleich wieder anfangen was zu machen ich habe ein erfolg so wo habe ich von die spulen geschmissen ich habe da vorhin schon okay also ich weiß jetzt schon dass du aber nicht reicht er ist am meisten so dass es nicht reicht ja das heißt aber ich muss noch mal bäume hauen auch an der letzten zelle blei und nur zum block wird zum block blau blei blei leide ich mich doch nicht gleich habe ich doch gar nicht jetzt darf man nur eins machen habe ich steine ich brauche steine ja magma siegel magma siegel ja da ach ich wollte jetzt ich bin jetzt schon wieder ganz im anderen modpack gerade gewesen weißt du was ich machen wollte invertalleiste ich habe schon auf e wollte unten mein dings raussuchen wollte rechtsklick machen dass ich das me system das me system habe ja ah würde ich zu gern nehmen äh drei noch stahlplatten stahl gut dass ich stahl habe output so jetzt brauche ich dass ich stahl auch im system habe und extra zum ofen laufe da muss ich nochmal nachgucken hä wo habe ich das rezept vorher nicht gesehen signal um zog von von vok reisen und hin das ist ja hier echt der wahnsinn erinnert mich total an diese sky dings was wir gebaut haben da jetzt sehe ich das rezept schon hier nicht ich wollte vornehmlich signal um machen ach nee jetzt kann ich ja redstone einmal der war das problem genau magma siegel und den flow x transponder jetzt sieht das den flow x transponder wollte es nämlich keine maschinen noch dafür bauen ich wollte das alles per hand hemmen carbonplatten und fasern kohlestaub du kannst du gerne die maschine bauen welche maschine den 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 metal wie ist der mit der logic infuser nein danke warum du machst das schon ganz gut noch mal 34 ist so langsam ja entspannung immer ein paar grundmaschinen bauen damit ja ich weiß so eingang sehr schön hat das nicht gereicht warum schmilzt das ding nicht im ofen ach in einem kompressor haben wir habe ich ich habe ein kompressor hey ich muss nur noch irgendwie strom umwandeln zufällig zufällig ein plan welches rf in strom also in die u umwandelt du da du da ja gesehen habe ich muss jetzt gerade nur überlegen energium not ne glaube ich nicht kinetisch teslacoil könnte natürlich auch jetzt extra strom dafür bauen aber NS-Generator niedrig MS-EU HS Beatbox Output Es gibt extra ein Ich gucke auch gerade so Wir haben damit immer noch nicht so viel gemacht Ja Extraktor Kleiner elektrische Opon Das ist gut Weißt du, wie ich das probiere? Er sagt zu mir Also ich habe gerade irgendwo gelesen, dass man einfach Achso, die kann ich ja nicht so einfach hochheben, die Geräte, die gehen doch immer kaputt, ne? Ja, dolly Oder Eine Ranch, ne? Mit einer Ranch konnte ich es doch auch aufhören Ja, ich glaube Elektrische Schraumschlüssel 6116 Doppelpunkt 1 6166 Mit dem was? 6116 Doppelpunkt 1 Aber 27 Ach da Das ist doch direkt eine Ranch über Copper Äh, über Bronze Die nochmal Man hat ja nicht schon genug Werkzeug Tja, immer mehr, ne? Die Schaumpistole Bäre Manuell Kinetik Generator Windkraft Ah, mit der geht's Oder auch nicht Jetzt ist es wieder ein Basic Machine Frame geworden Ich habe die gesagt Ich habe die gesagt, nimm die Ja, aber ich habe ja noch nicht mal Strom, um den aufzuladen Äh, hehehe Ja, ne? Ja, der muss eine Dolly nehmen Ja, dafür ist jetzt gerade zu spät Was der war? Gut, waren nur Steine Ja So, jetzt hast du mich ganz abgehalten Entschuldige bitte Mann Hab ich gern getan Hast du sehr gut gemacht So Timmel So So Mischung Mischung Das heißt Kupfer und Silber Ja, so geht's nicht, wie sie gesagt haben Kupfer Was? Ich habe gerade irgendwo gelesen, dass das wohl da mitgehen sollte Blei Deswegen mag ich diesen Mod nicht Du hast vorhin so laut geschrien Ja, ich habe Es ist halt auch wichtig Aber ich Das ist ein Grund, warum ich ihn nicht mag Wo hast du meinen coolen Pulver? Äh Hier Da Dankeschön Bitteschön Silber 1, 2, 3, 4 Das geht rein Weißt du, warte, bumm, er ist, ich hole mir jetzt mal ein Quarking-Table Kann er nicht Die Rednet-Energy-Kabel sollen das wohl auch können Habe ich das? Ist das nicht Project Red? Die sind doch alle Rednet So Davon habe ich genug Kupfer Signalung Signalung gleich brennen Das raus Machen wir hier einfach ein bisschen Eisen Ja, später werden wir auch die ganzen Kupfer und Zins Ah, da, Power-Converter Die einmal fertig Ja Aber es geht ja schon halbwegs mit der Maschine Ähm, so Dann bauen wir mal das Teil Und ich hoffe, dass das das Richtige ist Ne, ich baue nicht das mit Inva Ich baue das andere Mit Steinglaspisten Oh, Inva, Inva Eisen und Silber, Schwefel Inva habe ich noch ein bisschen Machst du jetzt gerade Kupfer oder habe ich das reingelegt? Ich mache keinen Kupfer Ach, dann hat er So, Eisen brauche ich Ich hatte mir nur vorhin schnell meine Kohle pulverisiert Dass ich nicht noch extra einen Pulverizer von dem Mod bauen muss Ja, ne, ist doch kein Thema So Jetzt gehen wir das nächste Thema an Ein Zinnrad Ne, Eisen Haben wir noch Energiekabel bestimmt, ne? Ja, habe ich gerade nicht Ach, Sortingpipes, da sind noch Energypipes Na klar Ich habe einfach zu viel im Inventar Ja, genau das gleiche denke ich mir auch gerade so Jetzt habe ich nämlich Eins Zwei, drei, vier So, gucken wir mal wie weit wir kommen Basic Elektrum Oh, das war ja auch so böse Elektrum, ne? Oh, RF-Konsumer-Konsums-Rätstum-Flux Elektrum Silber und Gold Habe ich noch Silber Aber kein Gold mehr Mal bis zum Beispiel was ablegen Das brauche ich nicht Das, das, das Ich glaube, ich habe gerade keine Lust mehr Davon brauche ich auch nichts mehr Das ist jetzt wieder ein RF-Producer Den will ich doch aber auch nicht Habe ich gesagt Gold Okay Da beschäftige ich mich jetzt ein anderes Mal mit Ich helfe dir jetzt Ich bin jetzt dein Handlanger und du musst mich beschäftigen So Äh, das nächste Ziel ist jetzt Warte, ich muss nur mein Inventar einmal kurz clearn Alles, was ich nicht mehr brauche, wegräumen Gold So, das bleibt da drin Falsch Du hast dein Injuring übrigens weggeschmissen Ja, wo haben wir Absicht? Gold und Silber Silber habe ich noch Silber rein So Gold und Silber Jetzt Du, das ist So, ich bin fertig Sag an Was, wie kann ich dir helfen? Hm, warte mal Das habe ich jetzt gleich fertig Ein paar Äh Du kannst mal Ich gebe dir mal Signal um Liegt hinter dir Mach mal daraus Zahnräder, bitte Mit Eisen in der Mitte Hol ihm mal Eisen Oder ich kann dir gut geben Hier Hier, hier, hier Hast So Fertig Mehr geht nicht? Mehr hast du nicht rausgekriegt Soll ich dir noch Signal ummachen? Ja Da habe ich irgendwo Elektrum schon Nee, ne? Ja, ein kleines bisschen Ist im Lager auch schon einsortiert Unten links Jetzt ist da gar nichts mehr Doch, da habe ich doch letztens erst was reingelegt Ja, jetzt ist es schon wieder weg Habe ich mir gerade gekluckt Naja, wollte ich doch sagen So Dann machen wir mal Silber Kupfer 5 Basic Mal gucken Genua Achso, ich habe die Elektrum vergessen Elektro Hast du schon Wo hast du das Ding zum Redstone einschmelzen? Da oben Mach mal Fluid Transposer, ne? Links Links Äh Redstone Rechts Eimer rein Und hast Äh Eimer im Dings Redstone Redstone Im Eimer So Habe ich Redstone Im Eimer Redstone Redstone Im Eimer Äh Äh Darf ich das ein bisschen automatisieren? Ist das in Ordnung? Nein Nein Das lässt du Nein, das lässt du Bring mir jetzt da nichts durcheinander Weißt du, wie viel destabilisiertes Redstone ich brauche? Ist dir das klar? Äh Nö Eimer Eimer Ganz ruhig Ganz ruhig Inver So Immer pulver Inver Eisen Und Verrösen Verrösen Und Eisen Hast du noch einen Eimer? Ja Ja, vier Ich mal Becker Oh, ich hab da schon Irgendwann Mischung Hab ich da schon Recht da schon Ja gut Ja gut, ich würde sagen Ciao, ciao Ciao.